... Hallo Urs. Hallo. Jedes Jahr vorm Urlaub eigentlich die gleichen ... ... Überlegungen, damit ich denn da vielleicht, ... ... wo ich hinfahren will, auch ins Internet kommen. Roaming oder doch eine Auslands-SIM kaufen, ... ... WLAN oder doch ganz offline, was für die ... ... meisten nicht in Frage kommt. Lohnt sich überhaupt heutzutage noch der ... ... Kauf von so einer Auslands-SIM-Karte, ... ... wie ich da surfen kann? Das Problem ist bei den Providern, die erhöhen ... ... zwar jedes Jahr die Volumina, die sie ihren Kunden ... ... für die Auslands-SIM in Pauschaltarifen zugestehen, ... ... aber das hängt immer dem Bedarf hinterher. So ein modernes Smartphone, je nachdem was ich ... ... damit mache, braucht richtig viel Volumen. Und das kriege ich mit den Roaming-Tarifen nicht ... ... oder nur für extrem viel Geld. Wer richtig online sein will und nicht ständig ... ... auf den Datenzähler schauen, der kommt um eine ... ... SIM-Karte eigentlich nicht rum. Und gibt es da Universallösungen oder muss ich ... ... für jedes Land eine andere kaufen? Es gibt so Universallösungen, die laufen ... ... üblicherweise unter dem Begriff Global-SIM. Das Problem ist nur, dass die relativ teuer sind. Die geben sich nicht so viel zu den Roaming-Tarifen ... ... der Netzbetreiber, weil es nämlich selbst ... ... Roaming-Tarife sind. Es sind zwar auch Spezial-Billigtarife, ... ... aber immer noch viel, viel teurer als das, ... ... was im jeweiligen Land verkauft wird. Grundsätzlich muss man ja auch zwischen ... ... Pauschaltarifen und Optionstarifen unterscheiden. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, ... ... was in dem einen Fall vielleicht besser ist ... ... oder in dem anderen? Es gibt einmal Optionstarife. Das heißt, ich fahre ins Ausland ... ... und habe zum Beispiel einen Optionstarif Dayflat. Das ist so ein ganz typischer. Da zahle ich pro Tag, was weiß ich, 2, 3 Euro. Habe dafür so und so viel zig oder 100 Megabyte ... ... Datenvolumen und kann die nutzen. Und wenn ich nicht im Ausland bin, dann zahle ich nichts. Und diese Pauschaltarife, die muss ich lösen in Deutschland ... ... und zwar mit langen Vertragslaufzeiten, ... ... mit einem Jahr oder zwei. Die kosten dann pro Monat, je nachdem, was da alles drin ist, ... ... 5 bis 10 Euro. Und die muss ich dann ein Jahr lang durchzahlen. Das heißt, pro Jahr muss ich dann 60 bis 120 Euro zahlen ... ... dafür, dass ich im Urlaub dann surfen darf wie zu Hause. Das kann ganz praktisch sein, wenn ich häufig ins Ausland fahre. Oder wenn ich zum Beispiel im Ausland arbeite und in Deutschland wohne. Okay. Gibt es irgendwelche schlimmen Kostenfallen, in die ich reinlaufen kann? Ich weiß, irgendwann hat die EU ja zum Beispiel mal ... ... den Mobilfunk gedeckelt auf, glaube ich, 50 Euro. Ist das beim Internet genauso? Ja, das Internet ist gedeckelt. Die Telefonie ist gar nicht gedeckelt. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist nämlich auch noch mal eine böse Falle in einigen Spezialfällen. Das Internet ist gedeckelt auf 59,50. Das sind 50 Euro plus Mehrwertsteuer und zwar pro Kalendermonat. Wer also über Monatsmechsel wegfährt, der kann diesen Betrag zweimal loswerden. Und diese Sperre ist in den Tarifen voreingestellt. Aber Achtung! Manchmal heben die Leute die Sperre auf. Irgendwo zum Beispiel zusammen mit der Buchung eines Optionstarifs. Vergessen, dass sie sie aufgehoben haben. Oder ihnen war nicht klar, was diese Sperre, die sie da aufheben, bedeutet. Das heißt, bevor man wegfährt, sollte man sich noch mal vergewissern, ... dass diese Sperre an Ort und Stelle ist, dass man nicht über 59,50 kommen kann. Okay, das muss man also wirklich im Kopf behalten. Ansonsten ärgert man sich plötzlich, wenn man nach Hause kommt ... ... über viel zu hohe Gebühren, die man bezahlt hat. Muss es denn überhaupt immer Mobilfunk sein? Ich kann ja auch vielleicht mit dem WLAN auskommen, oder ist das keine gute Idee? Das mit dem WLAN funktioniert wunderbar, solange ich innerhalb einer Hotelanlage bleibe. Da ist die Abdeckung in der Regel recht gut. Die haben ihre WLAN-Anlagen inzwischen alle im Schuss. Nur in dem Moment, wo ich rausgehe, wo ich auch nur 50 Meter vom Hotel weg bin, ... habe ich dann halt überhaupt kein Internet mehr. Und genau dann braucht man es üblicherweise beispielsweise, um sich eine Karte runterzuladen, ... und wieder zum Hotel zu finden. Sehr schön. Es gibt ja viele Leute, die telefonieren gar nicht mehr. Und Internet benutzen die eigentlich auch gar nicht so wirklich wissentlich, ... ... sondern die benutzen WhatsApp. Das heißt eigentlich Internet-Tarif ist fällig, aber manchen ist das vielleicht gar nicht so wirklich bewusst. Gibt es da spezielle Tarife schon für? Ja, es gibt so spezielle Tarife. Einer davon ist zum Beispiel Jetsim. Aber wenn ich da alles zusammenrechne, 10 Euro Versandkosten, 10 Euro für die Karte, ... ... nochmal 10 Euro fürs Guthaben, dann komme ich auf Beträge, die so hoch sind, ... ... dass es viel billiger ist, mir vor Ort eine SIM-Karte zu holen, die dann auch viel mehr kann. Nämlich nicht nur chatten, sondern damit kann ich dann auch mal ein Facebook-Update machen ... ... oder mal vor Ort recherchieren, was es an Restaurants gibt. Okay, super. Danke. Ah, okay. Er will noch was sagen. Aber es gibt noch eine ganz böse Kostenfalle. Das ist Telefonieren. Und zwar auf Kreuzfahrtschiffen sind die Kosten enorm hoch. Wenn den Leuten nicht klar ist, dass da Sondertarife gelten, ... ... das können bis zu 8 Euro pro Minute sein. Da werden richtig Beträge fällig. Und auch SMS ist eine Kostenfalle. Denn man verschickt die nicht unbedingt selber. Ich hatte neulich tatsächlich so einen Fall, den hat mir ein Leser geschildert. Da hat das Smartphone automatisch um die 100 SMS auf einem Kreuzfahrtschiff verschickt ... ... und hat eine riesengroße Rechnung damit produziert. Ja, das war also dreistellig im oberen Bereich. Und nachher zucken alle bedauernd mit den Schultern. Der Anbieter von dem Netz sagt, es tut mir leid, die SMS sind verschickt worden. Der Hersteller vom Handy sagt, da sind wir nicht schuld. Und der Hersteller vom Betriebssystem zuckt auch mit den Schultern und sagt, das haben wir nicht gemacht. Und nachher habe ich keinen, der für diese Kosten haftet. Das heißt, Telefonie und SMS-Versand, insbesondere wenn ich mir nicht klar bin darüber, was die Kosten sind, ... ... können sehr, sehr teuer sein. Und das kann auch, je nachdem wo ich unterwegs bin, auf Umsteigeflughäfen. Wenn es nicht so Standardländer in der EU oder die USA sind, kann das auch sehr, sehr teuer werden, ... ... wenn ich dort auch nur ein paar SMS verschicke. Vor informieren, was mich das kostet. Okay, danke. Bitte.